Willkommen bei LZ Parts im Onlineshop der Lüdemann & Zankel AG. Was habe ich heute für euch? Dacia Sandero Stepway. Ihr beschwert euch ja immer, dass wir alles nur für einen Dacia Duster machen. Das stimmt gar nicht. Das ist überhaupt nicht wahr. Also, wenn wir mal aufmachen, sieht man unten, Nebelscheinwerfer gehen mit an. Das heißt, coming home, leaving home. Wir haben das ja im Video vom Dacia Duster schon gesehen. Das ist in Verbindung mit den Rückleuchten. Und ich wollte es euch einfach nur mal zeigen. Wenn ich jetzt einsteige, den Wagen anmache, dann haben wir auch noch, Entschuldigung, das Abbiegelicht. Ab einem Lenkrad einschlagt ungefähr von 5 Grad. Und gehen dementsprechend die Nebelscheinwerfer mit an. Damit aber noch nicht genug. Tagverlicht geht natürlich auch in Verbindung mit den Rückleuchten an. Ich will nur dieses Video jetzt so kurz machen, wie nur möglich. Deswegen zeige ich euch noch was. Wenn ich mal die Zündung anmache. Dann haben wir Tag qualitativ mit den Rückleuchten. Das zeige ich euch auch gleich noch. Wenn wir es hier dunkel machen, dann geht das Abblendlicht an. Das Abblendlicht bleibt jetzt 20 Sekunden mindestens an, wenn es gleich wieder hell wird. Also der Wechsel zum hellen Licht. Gleich geht es automatisch wieder aus. Je nachdem, ob die Sonne kommt oder nicht. Sollten wir aber sehen. So und dann gehen wir wieder automatisch auf Tagverlicht. Ich gehe mal nach hinten, dann zeige ich euch das hinten auch. Dann seht ihr das. Die Zündung ist jetzt nicht an. Also machen wir die Zündung einmal an. Der Schalter ist ganz normal auf Aus. Und wir haben hinten Tagverlicht. Vorne Tagverlicht. Okay. Das wollte ich noch kurz zeigen. Regensensor ist auch drin. Ich weiß nicht, ob ich mir zwei Knie kriege. Das funktioniert also auch. Nur, dass man es mal gesehen hat. Coming Home, Leaving Home. Tagverlicht in Verbindung mit den Rückleuchten. Coming Home, Leaving Home natürlich auch in Verbindung mit dem Standlicht. Dann haben wir Autolichtmodul. Also automatisches Licht mit Lichtsensor. Den Sensor kann man selber von der Empfindlichkeit her einstellen. Regensensor haben wir auch. Also. All diese drei Sachen gibt es auch für Dacia Sandero Stepway 2. Ich hoffe wie immer, dass ich weiterhelfen konnte. Und sage auch wie immer, bis denn dann. Bis denn dann.